Entwählen Jules Meiner bis wieder zurück Halt Dein Maul du bist ein Urinsel weichelte deine Mutter fett den Arsch das war nicht ernst gemeint Robert das tut mir leid falls es dir wehgetan hat Schöße der Ansage so schwul Alter ja aber ohne Scherz weißt du wie die meisten mich ansprechen Smilo hey Smilo bei Skype oder so wenn die mich anrufen hey Smilo wie geht's Smilo hast du hast du diese scheiß Ansage selbst ausgedacht ja wer sonst Alter warum das ist hallo das hat das passt auch zu keinem anderen den Namen und so das passt auch Smilo und so wenn es uns alle andere Smilo nennen würden da ist jetzt Schubert der macht mir ein bisschen Angst wir tanzen der Spaß eigentlich aufpassen aufpassen naja bloß nicht sterben bloß nicht sterben Robert Alter ohne Scherz ist er beide so naja hängt man in den Maul du greifst überhaupt gar nicht an ja weil ich sicher gehe Arsch ohne Scherz ich gehe halt auf wow ich gehe halt auf Sicherheit und nicht so wie ihr aggressiv rein und so wisst ihr Bescheid es geht darum kein Fiskill zu machen äh beziehungsweise ein Fiskill zu machen es geht darum ein Fiskill zu machen und das kannst du nur mal nicht schaffen wenn du so aggressiv also doch das kannst du nur schaffen wenn du aggressiv reingehst so wie die ich glaube ich habe irgendwas falsch gemacht höchst gut Timo ist bei mir von mir aus sehr gerne dann zeigen wir es denen mal kurz wieder heilen und so aufpassen ne du musst nicht sterben da ist Chugat ah der Chugat scheint schlecht zu sein das mag mir doch durchaus gefallen dass er schlecht ist ja das mag mir gefallen Arsch Alter wie viel Damage der macht ja er ist Weiger Weiger zeigt er halt wer der Barbos ist Boah ne der macht mich jetzt nicht fertig hau bloß ab uiuiuiui war das knapp Robert ja soll ich ich komme kurz zu dir ja also ich ich denke echt keine Schnitte boah alter ich schon also ich hätte jetzt ein Schnitte gegen den naja jetzt hat er ab der Pussy ja der hat mich gesehen und dachte ich so ne gegen den will ich nicht BAM ausgewichen Lotte komm ich nicht mal ein Alter ein ja das ist durchaus gut hier kommt doch her du Papi I am Barbie girl I am Morita ist fantastisch das ist dumm ist seine Mutter dumm nö also bin ich jetzt auch nicht so welche Bauwurst hat den Kill gekriegt heal nur noch mal ohne Scherz und so habe ich heal um kein heal zu benutzen oder was deine Mutter ey ach man solche dummen Menschen la 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 chogat 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 ich bin weg ich bin weg ich bin weg nein ich bin nicht weg verflucht dich scheiße boah 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 ohne Scherz abhauen 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 haha das muss jetzt einfach sein das ist toll gemein aber trotzdem haha bitte noch entkommen ja das freut mich immer so boah hatte ich will nicht leben hatte ich vielleicht will nicht leben du ah ok da ist der Bishop schaffst du Robert schaffst du geblieben sehr schön was bringt mir das eigentlich boah ok versuch mal Chogat irgendwie hier hin zu locken ja versuche ich später für haha Bobby Bobby aber du darfst doch nicht zu nah an Dingens gehen wow hier ist ja schon keiner mehr aber den krieg ich noch und den und zack und dann mach ich den hier ja ja ich hab was wissen halt wie man spielt ne Smilo Lp Smilo Lp lol lol den kriegen wir den kriegen mal sehr schön ah fuck ich bin gleich tot ich bin gleich tot ah abhauen zack heil ah hoffentlich sterbe ich nicht nochmal kurz hier einsetzen sehr schön Robert sehr schön so wie ich das sehe genau so und nicht anders ohne Scherz ohne Harun sind wir besser drin dran so wie das hören und so wie ich das Sehner auch was so ein Weiger Weiger der ist auch groß auch noch raus noch schutzpick wieder heißt Schuss hat auch schon erst mal eine Runde ab dann komme ich mal wieder nach oben das ist ja schön Timo kann mal schön unten bis hin Farmen das mag mir durchaus gefallen bis jetzt sieht noch recht gut aus muss man ja auch mal so dazu sagen ach fuck hat er mich gekriegt der kleine Mongo ah fuck 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 so gibt es vielleicht einen super duper Trick und zwar den hier zoom okay war jetzt nicht so super aber egal la 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 geht auch weiter oh okay da ist der Wichser gleich tot sehr schön ah den kriegst du auch noch den kriegst du auch noch Robert den kriegst du noch oh das wäre jetzt natürlich schade aber den kannst du durchaus noch kriegen hast du vielleicht entzünden oder so okay gut nice 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 Robert alter Robert du gehst richtig ab ohne Scherz ohne Harun gehst du richtig ab ohne Scherz Robert so will ich das von dir sehen der muss mal sein ne naja man ohne Scherz ohne Scherz ich würde nicht so oft ohne Scherz sagen komm ich geh bei dir noch ein bisschen snacken deine Mutter geht bei mir snacken am Arsch am Arsch Mama ja deine Mutter packt mich auch am Arsch Prozent Prozent sagt meine war seine Nutter aufpassen aufpassen der kommt vielleicht Loller einfach drauf einfach drauf doch nicht ein bisschen schüppeln jetzt bevor du stirbst wüsste Bescheid na gut dann geh mal zurück geh du zurück ich geh so lang das Ding an ha 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 ausgewischen da habe ich mein Ulti schon mal dies ist doch schön du okay gut Rückzug Rückzug Rüchzug Lala Lala kein Verzeihung mehr bei mir und so am Start dann töten wir dich halt so Lala was in die Woche achten wir kommen ja also beide bei mir macht aber nichts schaubisch an alle drei hallo Bobi es kann nicht zielen man sich aufs Leben und dann nicht so rum ich gehe mal bis hin so hoch nirgendwo lieber besser so und so sagt man was ein Pro die sind an unserem Altar diese Ruhe mit ja aber das ist zu spät das war sehr schön nein du entkommst uns jetzt nicht Robert drauf 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 das schaffen wir das schaffen wir sehr schön Mainz nein schade wir werden die alle weg also wenn jetzt Timo noch Joggard fertig macht Alter ich lache mich kaputt schade 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 aber hätte gut hätte durchaus passieren können Da haben wir wieder schön abgesahnt, wa? Das könnte noch richtig Bombi-Grunde werden Schon 6-0-1 Ja, Varaz hat auch 0-1-3, ey Da braucht ihr sich nicht zu beschweren Wie heißt du noch mal? Wieso fragst du? Weil ich schreiben will, dass du gut bist CPI, GTF Boah, du Spaß, dein Champ Ah, Evan Ja, zu spät It's too late, too late, too late Sag mir Bescheid, wer ist alles unten? Okay, Timo sollte vielleicht mal abhauen Und ich sollte, glaube ich, mal den Wichser abgreifen Oh man, ich wollte den Kill haben Robert, hast du denn nicht schon genug? Nö Scheiß Assi, lässt mir nix übrig Spaß Robert, kannst du ruhig die ganzen Kills haben Solange wir gewinnen Und solange wir besser spielen als bei Harun Soll mir alles recht sein Wüsste Bescheid Und solange ich dir den Tower jetzt gleich köle Scheiß auf Jogart Zack, und abhauen Und verlangsamen Und heilen Da hat der Trun da mehr drauf, du Da hat der Trun da mehr drauf Habe ich Lebensraub? Ja, zwölf Prozent Lebensraub Neusch, neusch Oh, Robert Du bist wieder am fighten, du Oh, schaff ihn, schaff ihn Ah, ah, ah Noch ein Kill Ja, sehr nice Lass, jetzt geh ich wieder nach unten Sehr nice, Robert Sehr, sehr nice Auch wenn du jetzt nicht stirbst Jogart, ne, bist du hier unten Und so, wüsste Bescheid Wüsste Bescheid Okay, Timo greift Jogart an Nicht schlecht Sehr schön Zwei Deaths und zwar von Timo Alter, du hast einen 1-0, Robert Du gehst aber grad richtig ab, du So, so wie ich das von dir sehen, Robert Und nicht anders Verstanden? Kaum eine Runde ohne Haar und spielen Schon läuft die Runde gut So sieht's aus, so sieht's aus Lol, da ist jetzt noch noch Weiger Ah, schade Hm, okay Wo ist der Wichser? Wo ist Weiger hin? Oder wie? Lol, der ist bei mir Ja, du brauchst dir den Altar nicht einzunehmen Das wirst du sowieso nämlich nicht schaffen Robert, greif an, greif an Sehr schön, sehr schön, sehr schön Sehr schön Dankeschön Und bitte sehr schön Voll viel Damage, ne? Ja, ohne Scherz Mit deinen Nadeldinger allein schon Geht voll ab Okay, hier ist noch Jogart und Anini Oder Ja, Anini Oder wie es auch immer ausgesprochen wird Wie es immer heißt Was auch immer Ami doch schnuppe Zack Ohne Scherz Ich mache aber auch schon ganz schön viel Schaden Das ist durchaus cool Und dann noch kurz heilen Oh, drin der Meer kann schon Wow Kann schon abgehen Tja Ohne Scherz Der Chogart hat scheinbar noch nicht so oft mit Chogart gespielt Wie ich das jetzt angehört habe Der Chogart hat nicht so oft mit Chogart gespielt Ja, der hat noch nicht mit Also der Der, der, der Account Hat noch nicht sehr oft mit Chogart gespielt Sag ich mal so Aufpassen, ne? Aufpassen Ich bin jetzt mal hier kurz Leben holen Und dann komme ich auch vielleicht wieder zurück Oder ich bleibe unten Und farme weiter Für meine wunderschöne Sachen Die ich so brauche Alter, ohne Scherz Wie viel Schaden drunter mir jetzt gerade macht Irgendwie habe ich das Gefühl Ah, 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 die kommen, die kommen Ah, 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 die kommt, die kommen Ah, 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 die kommt, die kommt Okay, okay Zack, 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 zack So, drauf, drop, drop Über, drop Na, ja, ja, sehr schön CPT-GTR 50, so wie der Roller-Heiß-Gang-Schild Alter, der, 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 der Timo hat ja auch wieder so viele Pilze benutzt Da haben die doch gar keine Schnitte, du Den gehört mir, du Nutter Schade Alter, hatte ich gerade Angst, dass du mit dir wieder wichst, ne? Der hat bestimmt keinen Bock mehr. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wobei man da halt natürlich auch nicht vorurteilhaft sein kann, weil... Vielleicht hat die ja auch irgendwelche andere Probleme hat und so, na, wisst ihr Bescheid. Sollte man nicht so vorherig entscheiden. Aber das kann durchaus gut sein. Ich meine, gegen so ein super Team, wie wir es gerade sind, hätte ich auch keine Lust mehr zu spielen. Da kannst du ja auch direkt hier so ein 5-Legist gegen Bayern München spielen lassen. Und ja, das macht halt nun mal keinen Spaß, ne? Wisst ihr Bescheid? Alter, ohne Scheiß, wie ich Schaden nicht mache, wenn ich kritische Treffer mache. Noch ein bisschen Chillouten hier. Ich will noch irgendwie, keine Ahnung, mehr Sachen kaufen und besser werden und alle zerfetzen. So, jetzt kaufe ich immer ein paar Sachen, auch wenn ich voll Leben habe und eigentlich diese Tower vielleicht killen könnte. Äh, was kaufe ich mir denn jetzt? Ähm, 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 ähm. Eifer vielleicht? Oder vielleicht? Oder vielleicht? Äh, Schaden. Das ist eigentlich auch gut. Obwohl ich mir erst mal reifach. Angriffstempo schon so. Ja, das ist gut. Hm, und endlich jetzt klinge. Obwohl ich mir dann hole, vorher vielleicht noch das hier. Chance auf grüßliche Treffer. Angriffstempo. So. So, sehr schön. Jetzt kannst du richtig abgehen, du. Jetzt gebe ich dir ihn ordentlich. Robert, noch ein bisschen Chillouten. Nicht zu hart draufgehen. Ich will noch ein paar Kills kriegen und so wüsste Bescheid. Du hast ja schon deine 10 Kills. 11 Kills. Scheiß Nutte. Und Robert, pass am besten auf, dass du nicht stirbst, weil sonst hast du deine zu Null-Quote doch sehr versaut. So eine 11-0 klingt viel, viel besser als so eine 11-1, wüsste. Obwohl die Quoten halt doch dann letztendlich gleich bleibt. Aber dennoch klingt das viel besser. Meins. Alles meins. Da hast du auch keine Schnitte gegen, drunter mehr die Kills klauen zu wollen. Ohne Scheiße, die sind glaube ich alle AFK, wa? Alle Brain AFK. Ja komm, scheiße. Nein, scheinbar Weiger noch nicht. Was heißt der Weiger? Varus. Weiger ist dieser kleine Furz da. Ah stimmt, dieser kleine Furz da. Ja, ja, der, 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 der Zauberhut, mann. Zauberhut, mann, mann. Ich sag, du wolltest noch schlägsen. Ja, tu ich doch. Ich töte nur die Vaseilen. Weil ich halt töte brauche. Du tötest den Turm, Alter. Ja, ich hab grad den Turm gekillt, aber ich töte jetzt nur die Vaseilen. Ohne Scheiße, dann töte ich halt irgendwie andere. Der töte einfach nur am Turm, ey. Der Varus. Der hat halt Angst vor mir. Ja, will der nicht zu mir kommen. Candyman. Alter. Ah, drin da mehr, du kleiner Sau, du. Oh, der ist noch nicht tot. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nur Angst, dass ich bei der Stimme, äh, spinne sterbe, danke. Ja, pass aber auf, wenn wir den nicht können, ist auch nicht schlimm. Ich glaub, die Gegner haben eh eh keine Schritte mehr. Ich brauch noch etwas warten. Ja, klar, aber gleich so. Ich glaub, Timo fühlt sich eventuell bisschen verarscht, weil wir ja nicht so pushen und so. Aber, da machen wir jetzt nichts. Hm. Hm. Ja, Timo hat wieder einen Ton zerstört. Natürlich Sand. Aber viele Pilze hier gerade nur sind. Wie wenig Pilze hier gerade nur sind. Oh, Timo wird gleich getötet. Das ist nicht gut. Komm, den tötest du. Und gut gemacht. Ja, aber jetzt kann die, oder der, so ein bisschen durch pushen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Boah, das ist aber ganz schön knapp, du. Wieso kann ich den nicht anklicken? Wie viel Leben der noch hat? Keine Ahnung. So. Ohne Scherz, wie viel Prozent mehr macht kritische Schaden eigentlich? Kritische Treffer, meinte ich. Ohne Scherz, wie viel Prozent mehr macht kritische Schaden eigentlich? Ich glaube, das macht in der Regel doppelt zu viel Schaden. Aber ich habe das Gefühl, bei mir macht es noch mehr als doppelt zu viel Schaden. Ich weiß nicht. Ich hatte mal mit Tründermär ein Krit von über 800 gehabt. Okay. Interessant. Ich glaube, das könnte ich auch locker schaffen, würden wir hier noch ein bisschen chillen. Guck mal, was Varus sich gekauft hat. Was denn? Um einigermaßen zu überleben. Haha, nice. Geil. Aber der macht halt keinen Schaden, wa? Der macht halt keinen Schaden. Jetzt hat er mal viel... Ja, voll viel Leben, ey. Guck mal, wie... Boah, hat er immer den Kill geklaut. Ja, aber wie ihr seid beide... Guck, da hatte er keine Schnitte gegen meinen Schaden, ey. Nein. Nein. Boah, nice one. Ja, guck mal, so kannst du gehen ohne Harun. Ohne Schaden, so kann es gehen. Gleich noch eine Runde, Robert. Ohne Harun. Ja, können wir machen. Gut. Danke fürs Zuschauen, Robert. Bedank dich fürs Zuschauen. Kannst du machen, ne. Würdest du dich nicht bedanken, dass sie dir zugeschaut haben? Also ich meine, dafür müsstest du denen sogar Geld geben. Wieso? Die gucken sich das doch frei für dich an. Die mussten dir zuhören, das ist schon Strafe genug. Und so, weißt du Bescheid? Also würdest du dich nicht bedanken? Soll ich deine Facebook-Page posten? Wahnsinn, ich bedanke mich auch. Okay, haut rein, Leute. Report my team, oh my fucking god. Oh, ich kann grad nicht gucken, ich bin immer noch bei dieser gewonnenen Button und weiter. Weil sonst auf einer Bandit und die könnte ja nicht mehr hören. Aber sie sollen ja hören, wie lieblich du sagst, dass du dich auch bedankst. Haut rein, Leute. Und dann mach ich finde. Und los geht um die Glaschnur. Das ist das. Aber es wird eine sehr Eindruck.